Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore werden nun erste Trümmerstücke beseitigt. Laut Behörden wurde das erste tonnenschwere Brückenteil entfernt, nachdem ein Abschnitt mit Schneidbrennern herausgeschnitten wurde. Die abgetrennten Teile sollen auf ein Floß geladen werden und dann an Land gebracht werden. Bis zum Abschluss der Arbeiten dürfte es Monate dauern. Die Brücke über den Fluss Petapsco an der US-Ostküste war am Dienstag eingestürzt. Ein Containerschiff hatte einen Brückenpfeiler gerammt. Die Behörden gehen davon aus, dass sechs Bauarbeiter ums Leben kamen. Sie befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke.